Ein Familiendrama, das definitiv tief unter die Haut geht, heißt Zurück im Sommer. Zurück im Sommer, um diesen Film geht es heute und ist ein sehr emotionales und stark gespieltes Familiendrama aus dem Jahre 2008. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war ich perplex. Und vor kurzem habe ich mir den Film wieder angesehen und muss sagen, einfach ein kleines, aber sehr, sehr feines Meisterwerk. Woran liegt das? Allein schon der Cast ist schon überwältigend. Vielleicht ist der Film gar nicht so bekannt, was sehr schade ist, denn wir haben hier Ryan Reynolds. Ja, Ryan Reynolds, den kennen wir. Woran kennen wir den? Genau, Deadpool. Und der in einem Familiendrama, schaut den Film euch unbedingt an. Aber machen wir mit dem Cast weiter. Ryan Reynolds ist mit dabei, Willem Dafoe ist dabei, Emily Watson ist mit dabei, Julia Roberts, Helen Benetieri und unter anderem Carrie Ann Moss. Das ist schon mal ein sehr starker und vielversprechender Cast und der Film hat es definitiv in sich. Es ist ein Familiendrama, das für meinen Geschmack ein Meisterwerk ist. Er ist ein großartiger Film, der vielleicht den einen oder anderen nicht so gefällt oder vielleicht zu rührselig ist, zu emotional, zu sensibel. Aber ich finde, er ist sehr realitätsnah. Und ich finde Filme, die auf Drama oder Tragikomödien oder sonst irgendwie passieren, die sehr menschlich und sehr realistisch rüberkommen, muss ich immer sagen, dieser Film erzählt wirklich eine Geschichte. Der Film beruht nicht auf einer wahren Begebenheit, falls sich jetzt das glaubt, ich wollte es damit sagen, nein. Aber der Film ist bärenstark. Woran liegt das? Die Geschichte an und für sich zieht sich nicht. Man hat vielleicht stellenweise das Gefühl, jetzt kommt ein Länger in den Dialog, jetzt wird es ein bisschen zieh, aber dem ist nicht so. Und der Film ist auch mit einer Lauflänge von ca. 95 Minuten kurz, knapp, knackig, weiß, was er von Anfang bis zum Schluss erzählen will. Und ist einfach, vor allem die Geschichte zwischen Willem Dafoe und Ryan Reynolds, die jeweils Vater und Sohn spielen, ist sehr beeindruckend, sehr stark. Und da steigt einem wirklich, meiner Meinung nach, die Gänze haut auf. Ja, es passiert, was ist ein Familiendrama? Was kann man darunter verstehen? Ganz eigentlich, Michael Taylor ist ein New Yorker Schriftsteller, der zu einem, wie soll man sagen, Familientreffen in die amerikanische Provinz fährt. Aber kurz vor Ankunft der Familienmitglieder, vor allem der Vater und deren Mutter von Michael, passiert ein Unfall und Michaels Mutter verstirbt. Und ja, dieser Unfall lässt tief blicken, es entfachtet sich ein Gefühlschaos, ein emotionaler Stau, ein emotionaler Stress baut sich auf und es kommt ein Geheimnis eines längst vergessenen Sommers ans Tageslicht. Und das ist in groben Zügen wirklich ganz grob die Geschichte von Zurück im Sommer. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen, es ist einfach ein umwerfender Film, der mir persönlich sehr an die Nieren geht, im positiven Sinne, aber ich kann das auch sehr emotionaler sagen, nämlich, dass er mir sehr ans Herz geht. Zurück im Sommer ist ein Film, wer Ryan Reynolds ein bisschen anders sehen möchte. Ja, nicht in diesen coolen, in Killers Bodyguard oder in Deadpool, wer einen Drama sehen möchte. Und wer ihn auch im Bad sehen möchte, ich zeige euch kurz mal hier das Cover, ja, das ist Ryan Reynolds, ladies and gentlemen. So sieht Ryan Reynolds in diesem Film aus. Wer ihn so einmal sehen möchte und in einem Drama gespielt, nicht mit ungefähr, er hat zwar in diesem Film auch ein bisschen Coolness, aber vielmehr hat das Gefühl, zeigt er hier wirklich on point und sehr, sehr stark. Oder wer mal Julia Roberts sehr zurückhaltend sehen möchte, ja, es gibt immer so wieder so Rückblenden von Michaels Kindheit, die sehr, ja, teilweise heftig anzusehen sind, aber nicht jetzt so blutig, blutrünstig oder wie auch immer, das meine ich jetzt nicht, aber seht euch den Film selbst und dann wisst ihr, was ich meine. Da geht schon tierisch auch, stellenweise an die Nieren und ist sehr erschreckend und makaber an manchen Stellen. Aber jetzt nicht im Thema jetzt der Gewaltschießereienblut, das meine ich jetzt nicht damit. Und das große Geheimnis, oder was ich euch sagen kann, ist, die Frage, wird es Michael schaffen, mit seinem Vater wieder auf einer geraden Ebene zu fahren, oder werden die beiden, obwohl sie sie nicht mögen, für immer verfeindet sein? Ja, das lässt sich jetzt mal offen, das ist eigentlich die große Frage und ja, ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Starkes Spiel, super Cast, kurzweilig und den kann ich mir immer wieder anschauen, sehr, sehr gefühlvoll. Von mir bekommt Zurück im Sommer, und das ist sicherlich nicht verwunderlich, in der Kategorie Drama-Familiendrama auch insgesamt 10 von 10 möglichen Filme. Und von mir einer meiner Top, ich würde sagen Top 20 Filme, die ich am liebsten habe. Habt ihr den Film gesehen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Like da, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, und wir sind uns ganz sicher, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.